Es gibt nichts Unfaireres, oder? Let me go! Verdammt! Jetzt war er schon die ganze Zeit so gut dabei? Ach, komm, auf mit dem Scheiß. Ja, mach dein tolles Herz mit deinen Tentakeln. Ich weiß nicht, ob ihr das aus der Entfernung überhaupt so gut erkennen könnt. Na ja, ich weiß nicht, ob meine Videokwalität dafür so gut ist. Oh, und ich mach doch wieder elementare Fehler. Naja. Wieder warten. Dann hört man's wieder. Ja, dieser Kampf dauert so lange. Pluck. Das Schlimmste ist meiner Meinung nach dieser komische Stachel, den den machen kann. Bei diesem Stachel weiß ich nicht, wie ich dem ausweichen soll. Der da! Genau der da! Den genau meinte ich. Okay, Metasense. Pluck. Ach, komm schon. Stirb einfach. Der Bosskampf ist so ja nichts Besonderes. Du bist grad einfach nur nervig. Genau, mit sowas bist du nervig. Jetzt muss ich warten. Ach herrje. Aber ich kann zumindest sein, dass das mit dieser Session auch abgeschlossen sein wird. Mann, das darf nicht wahr sein. Ja, frisst das. Ach ja. Das darf nicht wahr sein. Mann, das geht mir echt auf Nüsse. Ist ja nicht so, als könnte die schwer sein. Nein, sie ist nicht schwer. Man muss eigentlich nur aufpassen. Ach. Das ist das doofe einfach nur. Sobald man irgendeinen Fehler macht, oder... Ach Gott. Ach. Welche Waffe soll gegen die denn effektiv sein? Nein, na... Warum? Ja, komm, schmeiß mich wieder weg. Ich hab jetzt schon wieder keinen Bock auf dich. Nöde Tante. Nöde Tante. Ach. Ja, super. Kann ich direkt nochmal neu anfangen? Mann. Mann. Nöde Tante. Nöde Tante. Ja, nein. Ach Gott. Was habe ich denn überhaupt an Möglichkeiten? Nein. Das würde eigentlich Sinn machen. Aber es sieht ja nicht so aus, als wenn es irgendeinen Effekt hätte. Oh, doch. Eine Live-Bar wäre nicht schlecht. Ja, und... Meine Güte. Ich zeig mich der Dumm jetzt nur noch zum Angriff. Ernsthaft. Und selbst dann muss ich immer noch aufpassen. Und diesen Angriff kann ich auch nicht einfach... Ja. Ich hasse diese Hitboxen von dem Spiel. Ach so. Das Model ist nicht mal richtig gesetzt. Oh, Leute. Langsam wird's lachhaft. Wie soll man einen Gegner treffen, der nicht richtig gesetzt ist? Was soll das? Ich sehe ja nicht mal, was ich wirklich angreifen soll. Ja, und tot. Meine Motivation sinkt. Und das leider mit jeder weiteren Minute hier gegen die... Was soll das zur Hölle? Oh, Mann. Jetzt werde ich auch noch angeschrieben. Wow, das kann ich super ab. Das kann ich grad super leiden. Ja, Laser-Party. Yeah. Ich mein, das ist der letzte Kampf. Und... Oh, fick dich. Nein. Warum? Warum? Lass mich in Ruhe. Verdammt. Das ist der letzte Kampf. Wie ein Bossgegner wirkt die Zeit ja auch nicht, ne? Bäm, 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 bäm. Das ist auch nur so ein dämliches Hin- und Hergelatscher eigentlich. Weil sonst hat man ja keine Chance. Danke. Ich bin wieder so wortkart. Das mag ich selber nicht. Ja, jetzt muss ich hier wieder weg. Ja, bla. ICQ. Mann, ich bin auch beschäftigt. Wieso merken das manche Leute nicht? Ach. Nein. Rauf damit. Ich geh's mir so schon genug auf dem Zeiger. Boah. Natürlich. Ach, ja. Bessere Laune brauche ich jetzt. Wie hauen ihr die Presse voll? Denn dann finden wir es toll. Und dann ist das LP zu Ende. Äh, äh, ja. Bäm. Na, 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 na. So. Ja. Mann! Wieso schreiben mich jetzt 500 Leute an? Kein Turm. Wie ich sowas liebe. Ah, jetzt hat man mir in ICQ noch Sachen geschickt. Mann, Leute, was wollt ihr alle von mir? Mann, wenn man auf Beschäftigt steht, ist man Beschäftigt. Dann will man gerade nix haben. Oh. Mensch, selten hab ich mich so sehr über ICQ-Nachrichten oder so aufgeregt. Mein Gott. Ich hab allgemein, weiß Gott, nix gegen ICQ, Skype-Nachrichten oder sonst etwas, aber... Ah, Leute. Wenn ihr es kenntlich gemacht habt, dass ich gerade was andere am Machen bin, dann will ich dabei auch nicht gestört werden. Ja, sonst kann es sein, dass meine Stimme noch mehr sinkt. Was muss ich überhaupt treffen? Ich hab keinen Anhaltspunkt. Die Hitboxes sind für den Arsch. Und ich mach andauernd Fehler. Stell mich ins offene Feld. Darf mich nicht bewegen. Am Anfang fand ich das Spiel noch echt geil. Doch mit der Zeit wurde es echt immer schlimmer. Wow, ich bin im Angriff ausgewichen. Cool. Ach, Leute. Mann. Nur weil man springt. Meine Fresse. Man kann sich echt die falschen Zeitpunkte aussuchen. Blablabla. Blablabla. Tut mir wirklich leid, dass ich gerade sowas von wortkarg bin, aber ich bin gerade sowas von angepisst von dem Spiel. Ich bin gerade sowas von angepisst von so dummen Leuten, denen ich anschreibe, obwohl ich auch geschäftigt bin. Meine Fresse. Es tut mir leid, dass ich gerade sowas von eine miese Laune habe oder so, aber... Ah, fick dich. Bist du tot? Bist du tot? Nein, natürlich nicht. Aber du bist angeschlagen. Das ist schon mal viel wert. Komm, das ist deine zweite dumme Form. Ja, mach Laserparty, mach Laserparty. Das mögen alle. Alle Kinder mögen Scooter. Hoffentlich nicht. Oh mein Gott, ich muss bald kotzen. Wow. Ja, das macht auch noch so viel Sinn. Ja, treib vor. Lass mich rüber, lass mich rüber. Danke. Oh, jetzt macht sie auch eine rote Strahlung. Und jetzt kommt hier, liebe... Ja, Glitzerzeuger, bloß nicht. Lass mich rüber. Ist das ernsthaft erstaunlich, was manche Leute für Zeitpunkte wählen? Komm schon, das war's für dich. Ja, los, 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 so. Ah, besser hier hinterbleiben? Ja, okay, jetzt wieder bewegen, bewegen. Ach Gott. Nein. Das ist schlimm. Das ist schlimm. So, jetzt kriegst du aufs Maul. Jetzt kriegst du aufs Maul. Yes. Mir bleibt nichts anderes zu sagen als endlich. Yes. Wow. Super. Bang. Bitch. Tot. Boah. So, was erfahren wir jetzt? Ja, wir werden zum Super Saiyajin. Nein, wir werden zu Samus Aran. Yeah. Wir haben The Brain gekillt, getötet. Was zur Hölle das auch immer ist. Bitte lass es der letzte Kampf gewesen sein. Ich hab grad echt keinen Bock. Ich hab heute noch mal gesehen. Tschüss. Ich habe heute verrückt. Ja.